Jetzt der Camping-Check. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camping-Check, die Sendung von Campern für Camper. Und es wird eine ganz besondere Folge. Wir sind nämlich das allererste Mal hoch oben im Norden, in Ostfriesland. Ich freue mich tierisch. Wir sind hier am Neukarlinger Siel. Das ist ein ganz besonderer Campingplatz. Der hat auch ganz viel neu, tatsächlich. Und wir fahren rüber zum Friesensee. Das ist auch ein Campingplatz. Richtig schick. Den gibt es auch erst seit einem Jahr. Also der ist nagel, nagel neu. Das wird sicherlich eine schöne Sache. Und vor allem freue ich mich wieder, ganz viele von euch. Also von ganz besonderen Campern kennenzulernen. Und da werden wir sicherlich auch ein paar nette Leute kennenlernen. Und jetzt guckt euch das doch mal an. Ist das cool? Meine Güte. Wir sind da, Leute. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Das war auch eine lange Anreise. Ich lasse euch. Es riecht nach Meer, nach Wattenmeer. Ja, super, oder? Ihr Lieben, ihr merkt vielleicht auch, ich bin ein bisschen aufgeregt. Denn ich war eigentlich als Kind vielleicht mal in Ostfriesland, aber noch nie in Ostfriesland auf dem Campingplatz. Und hier soll es wirklich richtig schicke Plätze geben. Übrigens, mit an meiner Seite ist die Pamela, mein 31 Jahre altes Wohnmobilmädchen. Sie muss wirklich in ihrem hohen Alter noch ein bisschen arbeiten. Und wie immer, an meiner Seite natürlich auch mein lieber Kamerakumpel, der Lukas. Hello, grüßt euch ihr Lieben. Falsch. So geht das nämlich schon mal nicht. Äh, sorry. Moin, moin. Auch nicht. Auch nicht. Nur moin. Nur moin. Also, gehen wir es an. Gehen wir es schöne Camper entdecken. Guck mal, hier ist der Platz. 1068 ist unser Platz. Also, hier gibt es schicke viele Plätze. Und der ist mal groß. Ja, hast du auch keine Probleme mit dem Einparken hier. Schön. Und das Beste, Loki, pass auf. Wir sind direkt am Deich. Dahinter ist die Nordsee. Also, es geht gar nicht. Es geht nicht näher. Darf ich vorstellen? Deich, Pamela, Pamela, Deich. Guck dir das an, Lukas. Wahnsinn, kann losgehen. Mit dem neu angelegten Platzteil, also da, wo ich jetzt auch mit Pamela stehe, sind 170 Stellplätze dazugekommen. Richtig schick sind die kleinen Ferienhäuser. Und das Beste, gleich nebenan gibt es eine Badelandschaft mit Sauna. Wer hier eine Woche kämmt, kommt da sogar billiger rein. Weißt du eigentlich, Loki, dass mein Name Friese heißt der Friese? Echt. Das ist echt so. Muss mal nachschlagen. Ich habe echt mal nachgeguckt. Wieso, der Friese? Das passt ja perfekt hier nach Ostfriesland. Das ist schon richtig schön. Friese, guck dir das mal bitte an. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das ist ja geil. Das ist ja süß. Komm, dann gucken wir mal rein. Jetzt sind sie da. Hi. Hallo. Hallo. Friese, grüßt euch. Hallo, hallo. Manu und? Servus, Manu. Jens. Jens, grüßt euch. Dürfen wir mal reinkommen bei euch? Das sah so aus wie eine Einladung. Das ist ja cool. Wie habt ihr denn mitgekriegt, dass wir hier sind? Über Insta. Ach so. Über Insta haben wir das gesehen. Ihr Lieben, ich hatte vorher auf meiner Instagram-Seite gesagt, dass wir vorbeikommen und alle Leute, die mir da folgen, die, also ihr auch, das finde ich ja cool. Also immer ein Schild in die Scheibe rein, kommen wir vorbei. Ach guck mal, wie gemütlich das ist bei euch da hinten. Ist es tatsächlich. Da bleibt man auch morgens gern länger liegen. Ja, ich komme aus der Pellman auch immer nicht raus. Und seid ihr so richtige, macht ihr schon länger? Camping? Ja. Nee, ehrlicherweise nicht. Wir kommen eigentlich aus dem Segelsport. Ah, okay. Wir waren mit einem Segelboot unterwegs, da wir aber nicht so richtig nah an der Küste wohnen, war das so viel Aufwand. Und haben aber dieses Campinggefühl und diese Freiheit total genossen. Und sind, weil wir in der Nähe von Düsseldorf waren, regelmäßig zur Caravan gegangen. Und letztes Jahr ist es dann um uns geschehen, als wir in diesen Wagen rein sind. Ganz neu noch. Ein Jahr erst. Ja, genau. Okay. Und Camping ist so euer Ding? Das macht irre viel Spaß, ja. Also die Freiheit hier an der frischen Luft, wir gehen einfach nur raus und dann sind wir direkt schon in der Natur, hier am Meer. Das ist genau das Richtige. Und dann durch solche Dokumentationen wie eure auch, hat uns überzeugt, dann sowas mal zu wagen. Ja, und dann haben wir es dann einfach mal letztes Jahr, im November, haben wir ihn gekauft. Ganz frisch hier. Das sieht ja schick aus. Willst du mal gucken? Guck, hier hast du schon ein bisschen geguckt? Ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Ich gucke mal von außen hier. Ja. Wo geht es bald hin? Was wäre als nächstes großes Plan, ist Norwegen drei Wochen. Oh, da war ich mit meiner Freundin. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Norwegen, das ist sehr, sehr schön. Sehr gut. Und Schweden auch. Also da hatten wir noch mehr Platz zum Stehen. Das ist richtig cool. Aber das war sehr schön, euch kennenzulernen. Wirklich. Wir wünschen euch eine gute Reise weiterhin. Schön, dass ihr da warst. Danke schön. Viel Spaß hier oben. Bevor ihr abhaut, ich hätte noch einen Wunsch. Ja. Er ist ja noch neu. Er hat eine Seele, aber noch nicht so was Besonderes. Wir hätten ja ein Autogramm von euch beiden hier. Oh, wir können doch jetzt hier nicht euer schönes neues Wohnmobil vollschmieren. Doch, doch. Das macht das ja zu noch was ganz Besonderem. Besonders Erfahrungen und Aufkleber kommen da drauf. Und das ist ja der Hit, dass wir euch mal persönlich kennen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Oh, Gott sei Dank. Das ist so ungefähr so geworden, wie es sein sollte. Luki, du? Das sieht ja aus wie ein Porsche hier, so astral. Oh ja. Das sieht ein bisschen aus wie Feli. Guck mal. Luki. 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 Vielen lieben Dank. Prost. Tschüss, Pamela. Schicker Pulli. Machen wir. Reise. Ciao. Das ist schon ein bisschen alt alles, muss ich sagen. Aber hält. Funktioniert noch. Hält. Hey. Moin, Feso. Andreas? Moin. Moin. Das ist der Chef hier vom ganzen Platz. Genau. Lukas, hallo. Ich bin Andreas, hallo. Du, das ist richtig schön. Gefällt uns gut hier. Pamela fühlt sich wohl. Oh, passt hier auch gut her, du. Ja. Was? Bist du selber auch Camper? Ich bin auch Camper. Ich bin mal, mein erster Wohnwagen war ein Ereba Pock. Ach, wie ein Ding. Von 1968. Oh, was ein schönes Ding. Mit Nierenlampen und so Stützen, die man so rausziehen kann mit Federzügen. Klasse. Das war ein tolles Ding. Hast du noch? Nein, den habe ich leider verschenkt. Verschenkt? Verschenkt, der war picobello. Oh, der wäre ja richtig was wert jetzt, oder? Der steht irgendwo im Garten und wird nicht mehr benutzt. Wir haben telefoniert. Ich habe gesagt, ich brauche einen schönen Platz. Den habe ich gekriegt. Ich meine, besser geht es ja nicht, oder? Das ist unser neuer Platzteil hier. Den haben wir vor zwei Jahren neu errichtet, komplett neu errichtet. Man braucht hier keine Angst haben mit so einem Wohnwagen-Mover oder so. Kommt man hier ganz bequem auf die Plätze drauf und haben uns hier viel Mühe gegeben. Du kennst die Sendung? Ja, ich kenne sie. Dann weißt du, wir brauchen noch einen Unterkopf für Lukas. Ja, jetzt pass auf. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Jetzt gehen wir mal rüber. Ich bin schon gespannt hier. Der neue Teich, den wir angelegt haben, haben wir ein Seebauwerk reingebaut. Und da kann man den Enten in die Augen gucken. Was sind das für schöne Häuschen da hinten? Das sind so Ferienhäuschen. Die haben wir auch gerade neu errichtet. Die sind ganz klein, so Fischerkarten. Und Lukas kommt in so ein Häuschen? Das ist doch schön. So ein Häuschen nehme ich doch gerne. Nicht in ein Häuschen. Was? Der kommt heute in ein Plattbodenschiff. Oh, Leute, in ein Boot. Das kann man auch mieten. Das kann man auch mieten. Das heißt Pandia und das Schiff. Ja. Das ist ein Plattbodenschiff. Das ist die Oberbezeichnung. Eine sogenannte Seeschau. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es Seitenschwerter hat. Kenn ich. Das ist ein total authentischer Schiffstyp hier für unsere Gegend. Mit solchen Schiffen haben die hier früher Fische gefangen. Ich kenne das aus Holland. Ja, das ist ja Wattengebiet. Ja. Und mit diesen Seitenschwertern kann man im ganz flachen Wasser fahren. Und sogar trocken fallen. Und kann das auch trocken fallen lassen mit dem Schiff. Das ist total authentisch hier fürs Wattengebiet. Wie in den Niederlanden natürlich auch. Wo habt ihr das? Ja. Das haben wir aus den Niederlanden gekauft. Und dann hier überführt. Mit deinem Team zusammen? Ja, ganz alleine. Alleine? Mit dem Teil? Ja, ich habe es genossen. Ich habe es genossen. Anfang Dezember bei minus 3 Grad. Ohne Heizung. Das war mal lustig. Komm, lass uns reingucken. Lass uns reingucken. So, pass mal auf. Hier können wir durch. Ja. Bitte an Bord kommen zu dürfen. Ja, bitte. So, jetzt machen wir es mal auf hier. So. Guck mal hier, Leute. Guck mal hier, das Schiff hat extra eine große Luke, dass man auch wirklich, wenn man drinnen ist, auch Licht hat. Das ist ein Paradies. Ja, wir können ja mal reingehen. Wahnsinn. Das ist aber abgefahren. Hier ist die Küche, die kann man schön ausziehen, dass man da hier schön bequem was machen kann. Ich werde verrückt. Und hier kann ich heute Nacht schlafen, das ist ja geil. Dankeschön. Ja, das ist mal was anderes. Und das Schiff schwimmt auch. Die Toilette ist alles angeschlossen. Das werde ich gerade nicht neidisch, Lukas. Das hast du recht. Hier liegt da vorne. Ist da noch Licht an? Hier ist aber die Gemütlichkeit zu Hause, du. Ja, guck mal hier. Also das ist aber... Mit Fernseher da jetzt gar nichts. Mit Fernseher. Schöner geht es nicht. Hier haben wir natürlich jetzt keine Stehhöhe mehr. Das ist eben Schiffstyp bedingt, aber... Oh, das ist aber hier. So, Friso. Aber so siehst du nichts mehr im Fernsehen. Nee, da müsstest du weglegen. Deswegen, ich bitte. Hier liegen. Das ist noch ein Bettchen. Noch ein? Ja, und dann haben wir alle Schränke hier drin. Also Leute, das ist der Hammer hier. Das ist toll. Alter, ich freue mich jetzt. Das ist Glimping. Ich freue mich drauf. Und da stoppt man, das ist mein Schlafzimmer. Raus hier. Ach, herrlich. Ja, nicht, dass Pamela verweist. Lukas, wir sind halt an Ortssee. Hammer. Wie cool ist das? Ein bisschen Seeluft schnuppern hier. Ist das geil, ey. Kite-Zurfen. Guck, ich finde mal, der springt richtig. Die springen alle, Friso, mein Freund. Nee, der mit dem Grünschirm ist richtig gut. Fett, Lukas, ich will auch. Oh, das probieren wir mal irgendwann mal aus. Ich würde sagen, ein bisschen zu gefährlich für dich, Friso. Guck mal hier. Das machen wir erst mal hier. Können wir eine schöne Muschel suchen, die kommt in die Pamela rein. Ja, du gibst ja nicht eine größere, Friso. Entschuldigung. Nein, Pamela hat nicht so viel Platz, das ist ein Camper, eine Campermuschel. Übrigens, vom Campingplatz am Strand entlang kommt man zu Fuß direkt zum kleinen Hafen von Neuharlinger Siel. Das ist mal ein richtig großer Wassercamper, würde ich sagen. Ich habe Hunger. Du auch? Auf jeden Fall. Jetzt müssten wir mal hier. Ist da eine Bude hier irgendwo? Das sieht gut aus. Moin. Moin. Servus. Das sieht aber lecker aus bei dir, du. Fischbrötchen. Oh. Alles hier geräuchert. Moin. 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 Wir drehen hier gerade einen Film. Ja. Und Flammlachs für mich, gar keine Frage. Womit gibt's das? Entweder so, wie ich das hier gerade mache, Sir. Ja. Oder Box mit Pommes und Broschetta und Dill. Okay. Mit Honig-Semstsoße, frischgehackten Zwiebeln. Wo kommt ihr her? Aus Verdun. Aus Verdun-Masse. Okay. Und hast du eine Spezialität für mich irgendwie? Was Leckeres? Ja, ausgemachte Kibbelinge. Ah, Kibbelinge. Wir haben ein frisches Seelachsfilet im holländischen Backteich gebacken. Nehm ich gerne. Gerne. Eine Portion. Machen wir. Kommt ihr denn aus Holland? Nein, wir kommen nicht aus Holland. Wir haben nur holländische Produkte, frische. So. Wie holländische Pommes fritz, holländische Soßen, zum Beispiel Rabigottsoße und holländischen Backteich. Das hört meine Mama sicher gerne jetzt. Sie kommt nämlich aus Holland. Ja. Ja. Und mein Papa, der kommt aus Hamburg, da bei Wedel, der Ham. Also bin ich eigentlich genau richtig gerade. Hier. Super. Ja, seid ihr willkommen, ne? Jetzt hier in Ostfriesland ist eigentlich unser Gebiet hier. Ne, wir sind ja dicht an der holländischen Grenze. Ja. Und hier werden Kibbelinge sehr, sehr gerne gegessen. Könnt ihr mal kurz? Ja. Sieht klar. Also das ist ne Ähnlichkeit. Da. Vater und Sohn, ne? Ach Quatsch. Okay. Und das ist mein Neffe. Ach, hier auch noch? Ja. Alles von Ihnen. Das ist ja cool. Ganze Family. Moin. 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 Fertig. So Männer, wir wünschen Ihnen guten Appetit. Einmal Kibbelinge, einmal Flammlachs. Lasst es euch gut schmecken. Das sieht aber fantastisch aus. Schön, Männer. Danke. Vielen Dank. Guten Ucker. Du hast es getragen, du Gott. Ich hoffe es. Ich hab Besteck. Mh. Komm, Ducky. Okay. So schnell ein Mikro. Das muss doch richtig... Jetzt guck mal, Flammlachs hier. Mal ganz ähnlich hier von der Bude. Das sieht doch aus wie so ein Restaurant, oder? Da ist ein Traum hier. So. Und das in der Sonne. Guck mal hier, die Sonne kommt raus, Friso. Achtung. Und hausgemachter Kibbeling. Verdammt, ist das gut. Mh. Leute, ich hab gehört, die sind jeden Tag hier. Das ist mir echt ein Tipp, hier am Hafen. Das beste Kibbeling, das ich je gegessen habe. Sollen wir probieren? Mh. Ja. Du hast Aioli-Soße, ne? Mh. Na, zum Glück kriegst du alleine im Boot. Mh. Und alles zusammen hat uns nur 22 Euro gekostet. Das ist cool, oder? Nicht Motorhead, sondern Motorhome. Heavy Metal. Die fahren sicher auch nach Wacken. Ist der Richter? Ja, der Friso. Friso Richter. Ja. Kommen wir doch gerade für euch ihre Sendung mal gucken. Grüß dich. Nicht Sie, du. Du. Hier Lukas. Hier Lukas. Hier Lukas. Der Brot kriegt von dir auch mal das Essen ab, ne? Als Essen. Ja, wenn mein Bauch voll ist, kriegt er so ein bisschen was. Wo kommst du hier? Wenn ich Glück habe, kriege ich was. Von Kassel. Von Kassel, hier in Hesse. Da war nämlich schon mal unten bei mir auf der Nachbarschaft. In Kassel, ja. Kassel, Zierenberg, da waren diese Tiny Häuser. Ja. Da hattet ihr zwei mal einen Bericht drinnen gedreht. Ja, genau. Ja, ja. Gibt alles in der Mediathek, Leute. Hast du dich auch verirrt hier? Nee, nee. Müssen wir mit dem Bruder öfters hier oben machen, wo man dann noch das Ding steht. Hier oben stehen wir mit dem Wohnwagen. Ja. Wunderbare Ecke hier oben. Wir müssen noch ein bisschen drehen. Servus. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ciao. Ciao. Da wird gegrillt. Guck mal. Da wird gegrillt. Achtung, Ente, Friso. Achtung, Ente. Ja, die werden hier gut gefüttert. Was sagst du? Die werden gut gefüttert? Die werden hier gut gefüttert. Ja, die steht auch gut im Futter, die kleine Ente. So wie du, Friso. Was sagst du? Friso, du hast ein Bier gesehen. Grüß euch, Friso. Servus. Wer bist du? Wer bist du? Der Stefan. Stefan und hier? Der Tim. Der Sohnemann. Genau, der Sohn. Ihr seid zusammen hier unterwegs. Ja, wir waren gestern hier und haben einen Geburtstag gefeiert, den 52. Und Kinder mitgenommen, Eltern mitgenommen. Glückwunsch. Ach, das sind deine Eltern. Ja, genau. Also erstmal hier. Leute, so sehen Kämmer mit 52 aus, oder? Da ist noch was. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wir müssen ja auf deinen Geburtstag anstoßen, finde ich. Können wir tun. Gerne. Dürfen wir bei euch reingucken, du? Gerne dürft ihr reingucken. Alles Gute. Prost. Alles Gute. Happy Birthday. Danke. Langes Leben. Minimalistisch, aber... Oh. Ach, das ist aber hier. So kann man sich das aber hier richtig bequem machen. Das war... Wer bist du denn? Ich bin die Melanie, ich bin die Frau. Grüß dich Melanie, hi. Servus. Hi Melanie. So Melanie, jetzt haben wir ja gerade nicht so das perfekte Wetter. Jetzt gibt es ja diese Theorie, dass wenn man so einen Bulli hat, dass es je kälter es wird und je nässer, desto enger es wird mit der Familie. Ist das so? Wir saßen gestern hierher zu sechst. Zu sechst? Ja. Haben alle schön gegessen. Ja. Kaffee getrunken, hat geklappt. Super. Also ohne Vorzelt ging es natürlich jetzt nicht. Okay. Dann geht es zu zweit gerade. Ja. Bei schlechtem Wetter, aber mit dem Vorzelt kriegen wir das gerade so hin. Jetzt müssen wir nochmal hier... So. Prost nochmal richtig. Und jetzt gibt es hier noch das Geburtstag-Aftergrilling sozusagen. Genau. Was kommt drauf heute? Würstchen, der übliche Klassiker, Bauchfleisch und Nackensteaks. Sehr gut. Genau, unsere Hausnummer hier. Jetzt ist ja so eine Sache, wenn ich die nochmal fragen darf. Ja. Ich weiß, irgendwann kommt ja der Punkt, campen mit Eltern. Ist so eine Sache. Ist so eine Sache. Du bist schon an der Kippe sozusagen. Ja. Wo du wahrscheinlich letztes Mal mitgehst, oder? Ja, vielleicht noch ein, zwei Mal. Aber irgendwann lässt man die Eltern dann doch so alleine mal losfahren. Und dann ist man alleine zu Hause und dann können die ihr Ding durchziehen. Auf jeden Fall. Passt auf euch auf. Euch noch eine schöne Zeit hier. Tschau. Tschö. Oh, ganz schön groß der Platz hier. Da ist er. Guck mal. Der Mann aus Kassel. Oh, der kennt man doch einen hier. Moin. Was gibt's denn bei euch? Oh, Pilze. Ja. Gibt's dann hier feine Sachen und Speck und so weiter. Zeig mal, Deckel auf mal hier. Das macht alles, mein Bruder macht das alles. Oh, dein Bruder? Ja, ja. Bist du der Bruder hier? Ja. Der ist von Zirnberg. Grüß dich, der Friso. Du bist von Zirnberg. Wir sind von Zirnberg, ja. Endlich mal hier welche mit Wohnwagen, ne? Willen wir mal reingucken? Ja, klar. Luki, geh mal rein. Könnt gleich ein bisschen aufräumen. Und ihr beiden geht immer zusammen auf Tour hier? Ne, ne. Das ist eine Ausnahme. Das ist eine große Tragik bei mir. Ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist die letzte Runde. Oh. Ne, da gibt's nichts mehr danach. Was meinst du mit der letzte Runde? Du fährst jetzt... Letzte Runde, ich lebe vielleicht noch zwei, drei Monate und dann... Dann ist Schluss. Dann ist Ende. Das ist meine Begleitperson. Normal fahre ich mit der Frau, aber jetzt ist mir vorher auch noch eine Frau gestorben. Nach fünf Monaten? Ja, im Oktober. Das tut mir wirklich leid, Mann. Ja, das ist schon nicht tragisch. Und das ist so dein Lieblings-Hobby hier mit dem Camping? Da bin ich... 40 Jahre fahre ich mit so einem Schiss in der Gegend. In ganz Europa, von der Türkei bis zum Nordkap, Portugal, alles was es gibt. Und das ist so das Liebste, was du machst, Camping? Ja, das ist das Schönste. Jetzt nochmal zum Schluss. Ja. Wir gucken alle beiden. Machen wir ein Foto. Alfred. Jo. Wunderbar, wunderbar. Das ist was wir da nahe. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Danke. Und noch ein paar viele Monate, hoffe ich. Jo, ordentlich. Das wünsche ich dir wirklich. Pass auf dich auf. Alles gut. Tschüss, tschüss. Du pass auf ihn auf, gell? Alles gut. Macht's gut, ihr beiden. Tschau. Tschüss. So, jetzt wollen wir mal den Andreas suchen. Wir wollen nämlich das Waschhaus entdecken. Das ist, glaube ich, ganz neu. Andreas. Hey, Friso. Hallo. Danke. No. Hallo. Moin. Das ist euer neues Waschhaus. Das ist unser neuer. Golfhof, ja. Golfhof, was ist das? Golfhof. Das ist so ein ostfriesisches, typisches Gebäude, wo die Landwirtschaft drin war. Normalerweise steht das auf einer Warf, auf dem Hügel, damit wenn es mal Hochwasser gibt, dass es nicht gleich voll Wasser ist. Also wie so ein Bauernhof. Wie ein Bauernhof. Genau. Und so ist das ein bisschen der typische Hausstil hier für Ostfriesland. Ich habe schon gehört, es soll was Besonderes sein. Ja, alles geht hier automatisch. Du guckst auch ein bisschen stolz. Ich sehe das schon. Total stolz. So, guck mal, das ist auch alles authentisch, was wir hier haben. Hier oben haben wir sogar einen Kronleuchter. Der hängt vor ein paar Jahren noch in einer ostfriesischen Kirche hier. Ach Quatsch. Ja. Sanitäre Einrichtung rein. Guck mal, alles schön mit Schildern. Hier die Griffe, alles. Das ist so ein bisschen alles auf alt gemacht, ne? Das ist alles auf alt gemacht. Und manchmal kommt hier auch einer weg, leider. Warte, jetzt pinkelt da gerade einer. Jetzt können wir gerade nicht filmen. Warte, Lukas. Jetzt ist er fertig. Ja. Bitte. Ja. Geh mal rein. Moin. Guck mal. Moin. Jetzt wird es tierisch. Ach Quatsch. Moin. Hier im Stall sozusagen. Das ist wie im Schweinestall. Im Schweinestall. Ja. Guck mal hier. Kannst du nicht. Auch das ist ja süß hier. Guck mal die Schweine. Genau. Das ist nett. Guck mal. Das ist ja cool. Ich geh mal kurz auf die Euter. Meine Leute, die haben so eine kleine Projektgruppe gebildet, aus der Reinigung, vom Campingplatz, aus dem Marketing und aus der Verwaltung. Und die haben sich die ganzen Ideen hier einfallen lassen, was wir hier verbaut haben. Und ich durfte nicht gucken, ich durfte es nicht sehen, erst zwei Tage bevor wir eröffnet haben, haben die mir gezeigt, wie das hier von innen aussieht. Okay. Und das war, wie immer, ich bin total begeistert von dem, was die hier gemacht haben. Das sind aber tolle Leute, oder? Ja. Top. Top. So, guck mal. Und hier? Das ist aber hier schon schön gemacht. Guck mal. Ja. Das ist schon. Das ist gemischt, die Duschen? Wir haben hier Männer und Frauen gemischt. Okay. Dann haben wir ein paar mehr Kabinen und könnten ein bisschen größer anbieten. Ja. Das war so unsere Idee. Männer, Frauen, divers, da gibt es alles. Schön. Das ist eigentlich ganz großzügig gemacht. Das ist Familienbad? Das ist Familienbad. Ja. Guck mal. Hier ist schön viel Platz. Guck mal. Guck mal hier. Ja. Da kann man schön den Fuß draufpacken und dann können die Frauen die Beine rasieren. Das ist richtig cool. Meine Freundin hat mir nämlich erzählt, das wäre total blöd, wenn man sich normalerweise in der Dusche so weit runterbeugen muss, dass er hinterher irgendwo an der Scheibe kleben bleibt. Und jetzt, guck mal hier. Schön mit der Socke. Super. Ist das nicht wunderbar? Kannst du auch machen? Ja. Freut sich deine Freundin. Siehst doch elegant aus. Ja, genau. Die Rennradfahrer, die machen das ja auch, damit sie schneller sind, Lukas. Sehr schön. Das ist auch ein altes Schätzchen hier, oder? Guck mal Lukas, vielleicht solltest du dir sowas auch mal zulegen. Dann wäre so ein bisschen ein Partner-Look auch. Ne, ich habe was ganz anderes Friso. Du hast was anderes vor? Ja, ja. Das werde ich dir auch irgendwann mal erzählen. Okay. Sowas? Äh, genau. Nein, Quatsch. Da hätte ich noch Bock drauf. Ohne Mist. Die Wohnkabine. Guck mal. Das ist Uli-Mobil. Komm da, gucken wir mal. Das ist Uli-Mobil. Nein, jetzt guck mal. Einfach ein Pick-up und dann das Teil kommt da hinten drauf. Und du kannst es aber trotzdem einfach zu Hause abstellen. Wie ein Wohnwagen eigentlich. Komm, wir gucken mal, ob einer da ist. Meinst du? Schönen guten Tag. Hi. Du bist nicht der... Du bist die Uli. Du bist die Uli. Ich hätte spüren können, ich hätte gedacht, das wäre ein Mann. Hallo, Friso und Lukas vom Camping-Check. Grüße euch. Dürfen wir mal rein, du kommt. Wenn euch der Platz reicht. Lukas, Schuhe ausziehen. Ja, Schuhe ausziehen. Ich habe öfter gehört von Leuten, die die Sendung gucken, der geht einfach immer mit Schuhen ins Bett und so. Das machen wir nicht. Alles ist gut. Boi. Darf ich mich zurücksetzen? Ja, na klar. Du heißt auch Uli? Wir heißen Ulrich und Ulrike. Ach, guck mal. Wir haben uns so ausgesucht. Ich habe gerade Lukas erzählt, das ist ja mein Traumgespann hier sowas beim Pick-up und so weiter. Ja, das ist auch eine gute Lösung. Das haben wir jetzt seit zehn Jahren. Alles gut. Seit zehn Jahren schon? Ja. Das ist aber ganz schön groß innen drin, muss ich sagen. Ja, das sieht tatsächlich draußen kleiner aus, als es innen ist. Ja, weil du gerade sagst, kommt ihr rein, wenn ihr Platz habt. Ich finde das toll. Super. Wir sind ganz lange mit dem Vorwebes unterwegs gewesen. Also richtig schon lange unterwegs als Kämpern? Ja. Also schon ganz lange. Okay. Also ich mache es eigentlich seit Anfang an. Seit Kind schon? Seit Kind. Okay. Und wir dann, als wir uns kennengelernt haben, auch immer gleich. Okay. Du auch schon? Ich bin meinem Mann gefolgt. Nee, als Kind noch nicht. Das ist eine tolle Kombi. Das gefällt mir. Also mittlerweile sind diese ja doch ab und zu schon mal zu sehen. Das Bett ist übrigens, wir schlafen normal nicht so, sondern lang. Ach, das wird auch noch ausgeklackt. Ja, das können wir nach vorne klappen. Das ist ja riecht. Dann haben wir eine Bettfläche von zwei mal zwei Meter. Also größer geht nicht. Das ist schon so. Das ist größer als das bei uns zu Hause. Ja, super. Dann lassen wir euch wieder in Ruhe. Vielen Dank, dass wir vorbeikommen durften. Sehr gerne. Es war mir eine Ehre. Mal was anders. Ja. Guck mal, wie chillig das ist. Können Sie bitte weitergehen? Gehen Sie bitte weiter und stören uns nicht länger. Hallo. Komm Schatz, wir gehen. Warte. So. Guck, 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 guck. So, Leute. Ich bin jetzt hier im Sonderbereich. Ich habe für den Friso ein Schlickbad gebucht. Das weiß er aber noch nicht. Mit 400 Jahre altem Schlick. Ich glaube, das braucht der mal. Kann mal ein bisschen entspannen, mal ein bisschen runterkommen. Wir holen ihn mal ab. Friso. Es wäre jetzt soweit. Ja, ich war doch. Moin Moin. Guck mal, du bist ja gut vorbereitet, du. Das ist cool hier, oder? Saunalandschaft. Also, die haben gerade Pause hier. Sonst laufen hier alles Adams und Evas rum. Das ist eh cool. Hier gibt es ein Schwimmbad. Hier gibt es ganz viele Sachen, damit man sich so richtig schön wohlfühlt. Und guck mal, Lucke, ich habe hier gerade schon die Deichsauna entdeckt. Das ist ja geil, eine Deichsauna. Ist das cool? Guck mal, da geht man doch runter in den Deich. Guck mal, hier. Ist das was? Boah, guck mal hier. Ja, das nenne ich mal eine Deichsauna, du. Du bist auch knallwarm. Ja, und was machen wir jetzt? Ich kriege eine Anwendung, hast du gesagt. Aber sowas von. Schöne Massage. Du willst da richtig? Nee, das war ein bisschen was Besseres. Dann müssen wir jetzt mal reingehen hier. Eine Massage. Komm mal mit. Ja, ich habe ja auch eine schöne Massage gefreut. Geh da mal rein, Friso. Das da hinterher soll es sein. Kann ja nichts Gutes sein, wenn du das ausgesucht hast. Echt, ich. Vor allem für mich ausgesucht hast. Hallo. Hallo. Hi. Hi, ich bin Karin. Ich bin der Friso. Hallo, Friso. Karin, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ein wunderbares Schlickbad mit einem Neuhandinger-Sieler Naturschlick, der schon 400 Jahre alt ist. Schlick. Ein bisschen mehr Freude, Friso, hätte ich schon eigentlich erwartet. Komm, zeig mal, wie du dich freust. Schlick. So. Schlick, Schlick. Und das ist gut. Wie mache ich das jetzt? Friso, du ziehst bitte einmal deinen Bademantel aus. Ja. Kannst ihn da einmal ablegen. Und dann steigen wir in die Wanne. Wir steigen in die Wanne. Beziehungsweise du. Okay. Und wo ist denn jetzt der Schlick? Der Schlick ist hier drin, ne? Das ist mit Foliensystem. Hier drunter ist Wasser. Wunderbar, so habe ich das gedacht. Wasser mit einer Temperatur von 39 Grad. Oh, schön warm. Das fühlt sich fies an. Da siehst du mal, was ich alles für dich mache. Guck dir das an. Du hast zu. Du darfst es schlicken. Okay. Ist nicht unangenehm. Der Geruch kommt irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ein bisschen wodrig, ja. Ein bisschen wie Fischstäbchen. So, aber das muss nicht ins Gesicht, hoffe ich. Wenn du möchtest, kannst du dir auch gerne ein bisschen was ins Gesicht. Ist alles für die Schönheitsfrisur. Genau. Wofür ist denn das gut eigentlich? Der Schlick hat viele verschiedene Wirkungen. Ja. Der wirkt entschlackend, entgiftend, regt den Stoffwechsel an, hat viele Mineralien, versorgt die Haut, die Knochen, die Gelenke. Der Schlick ist 400 Jahre alt. Wo kommt denn der her? Von der Selin-Mamiebe. Der war, ja, vor ca. 400 Jahren Landgewinnung. Ja. Und da haben wir eine Wiese gepachtet. Und da bauen wir den zweimal im Jahr ab. Haben unten im Keller ein großes Lager. Da lagern wir den ein. Und dann kommt der Schlick direkt hier aus der Leitung. Das erinnert mich ein bisschen an Wacken, Lukas. Ja. Da war es ein bisschen brockiger. Und jetzt die ganze Packung kommt. Alles Gute. Mh. Es riecht doch gar nicht so schlecht eigentlich. Ich weiß ja auch nicht, wie es aussieht gerade. Es sieht gut aus. Jetzt ab, du. So können wir weiter drehen. Das. Jetzt schon eingeschickt. Also eingeschickt ist angenehm, du. Eingeschickt ist er. Da kriegst du auch keinen Sohn dran. Nee. Ich glaub, da lass ich dich jetzt mal ein bisschen wiegen. Dann können wir nachher. Also ich muss sagen, das ist wirklich angenehm, du. Was kostet das, Karin? Das kostet 50 Euro und geht 15 Nilo. Danke, Lukas, für das kleine Geschenk. Das ist echt. Bei Geschenken fragt man nicht nach dem Preis. Bitteschön. Viel Spaß. Schlaf gut. Oh, das knirscht zwischen den Zähnen. Wow. Das ist ja immer schick hier. Oh. Also der Lukas, der hat wirklich schon richtig Glück gehabt. Also das ist schon hier mal ein Highlight in so einem alten Schiff vom Eiselmeer. Jetzt liegt es hier im kleinen See. Luki. Wieso? Captain Lomag. Hello. Bitte an Bord kommen zu dürfen. Sehr gerne. Gestatte. Ab jetzt an Bord. Hast du Bier dabei, ansonsten kommt sie nicht drauf. Ja, meine Güte. Das ist ja hier schon schick bei dir. Ja, komm mal her. Ich hab schicke Bilder hier. Bist du am Arbeiten? Ja, ich hab da mal reingebogen. Guck mal hier. Ein Durchflug hier. Ja, super. So. Hast du ein Bierchen? Komm. Kürze Pause. Am Baum. Das macht man übrigens ziemlich oft beim Segeln. Das ist mir schon aufgefallen. Ich bin früher auch gesegelt. Weißt du das? Echt? Wohin? Am Eiselmeer. Mein Papa hatte da ein Boot. Mit meiner Mama zusammen. Okay. Ich war viel auf Langeoog mit meinen Eltern. Ja. Und ich mit meiner Schwester immer das Bild gemacht. Wer sieht es zuerst das Meer? Ich war natürlich schneller. So, Friso. Ja. Jetzt hier aber mal Prösterchen. Cheers. War ein schöner Drehtag, mein Lieber. Super. Es ist richtig schick hier, muss ich sagen. Amen. Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Brennt noch Licht. Am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg. Von Neuharlingersiel zum 20 Kilometer entfernten Campingplatz am Friesensee. So, wir sind da, Luki. Campingplatz am Friesensee. Cool. Am Friesensee. Luki, eigenen Campingplatz müssen wir noch mal drüber nachdenken, oder? Also, irgendwann ist es vielleicht mal so was, ja? Unser Kennzeichen wurde schon eingescannt. Jetzt müsste die Schranke hochgehen hier. Jawoll. Guck mal, wie neu das hier noch aussieht. Da freuen sich alle Beteiligten hier. Ich habe direkt einen Platz am See, habe ich gehört. Hier ist er. Übrigens, Luki, meine Schwester kommt gleich vorbei. Echt? Cool. Ich kenne die gar nicht. Die hat mich angerufen. Es ist so, die gucken sich gerade, ich habe den ein bisschen auf den Geschmack gebracht, die gucken sich gerade einen Wurmwagen an in Hamburg. Die kommt ja auch aus Münster, deiner Ecke. Super. Dann werde ich die nachher mal kennen. Guck dir mal den See an. Wie mega ist das denn? Boah. Alter Vater. Komm raus hier. Wahnsinn. Das ist es. Ha? Direkt an der Wartakant. Also jetzt an der See-Wartakant. Der Auftritt muss jetzt passen, denn der feine Herr bekommt jetzt sein Privatbad. Kein Witz, kann man hier bestellen. Platz mit Privatbad. Ich habe schon mal den Code gekriegt. Neun, neun, sechs. Licht. Oho. Ja, also, äh, ich will ja nichts sagen, aber, hä? Schick du. Dann kann ich doch hier schön einziehen. Warm ist auch. Guck mal, wie zu Hause hier. So ein Handtuch, Alter. Das ist sehr gemütlich. Und dann kann ich hier so selbst reingehen. Ja. Sonst wirst du ja immer gebracht. Oh, da kommt Wasser raus. Uah. Scheiße. Cool, oder? So. Jetzt ist es ja so, Lukas, du sollst ja nicht weniger Luxus haben. Das will ich auch hoffen, du. Äh, für dich, genau gegenüber, in sicherer Distanz, eine Seelotsch. Oh, da fliegen wir mal hin hier. Ganz alleine für dich, niegelnagelneu. Räumchen. Haus am See. Komm, wir gehen mal ein bisschen Platz entdecken. Auf jeden Fall. Wer am Friesensee campen will, kann das hier mit Zelt, Wohnwagen, Camper, ganz exklusiv mit Privatbad oder eben auch ohne machen. Das ist mal ne Farbe hier, guck mal. Weiße Ware kann ja jeder, oder? Aber das ist mein ja grüner Vorspruch. Mein Sohn hat auch so ein grunes Auto. Ja. Echt? Ja. Moin. Moin. Ja, Moin. Guck mal, das Fahrrad hier, Luki. Das gibt's ja wohl gar nicht. Das ist ja mal ein Hingucker. Dürfen wir mal hochkommen? Ja klar, komm hoch. Camper sind doch immer nett einfach. Wenn ihr das geschafft habt, dann werdet ihr belohnt. Mit was? Mit einem geilen Ausblick. Oh, Leute, Wahnsinn. Servus. Oh, hallo. Hi. 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 Marcel. Friso. Hi. Marcel. Wir drehen hier ne Camping-Sendung. Ja. Und das ist ja mal abgefahren. Das hab ich noch nicht gesehen. Wie, was passiert? Pass auf, fall nicht runter. Genau. Ne Reling habt ihr nicht. Ne Reling haben wir in der Tat nicht, ne. Dann darf man aber auch nicht zu viel trinken hier, oder? Drei Cuba-Liebre dann ne Scheiße. Das ist ja ein Wasserpfeife hier am Start. Ja, genau. Willst du mal probieren? Apfel? Kaktus. Kaktus. Kaktus-Eis, ja. Genau. Willst du mal probieren? Einfach ziehen. Kaktus-Eis. Genau. Und das auf der Position hier, ne? Lecker. Ja, gerne, gerne. Da ist aber nix drin oder sowas. Nein, nein, nein. Okay. Hast du mal den Ausblick gesehen da? Habt ihr es selber gebaut, Sama? Den Van haben wir selber gebaut. Also selber ausgebaut. Seid ihr viel unterwegs damit? Komplett. Also wir sind jetzt seit zwei Jahren damit fertig mit dem Fahrzeug. Haben den halt anderthalb Jahre komplett jedes Wochenende ausgebaut. So ein Traum erfüllt. Komplett. Das sind so. Das sind so. Selfmade-Kämpfer hier. Das sind doch die Leute, die wir brauchen, oder? Ja. Wenn ihr übrigens sowas baut, Leute, immer gerne melden. Einfach bei Insta oder Facebook eben kurz mal melden. Oder schickt mir eine Mail auch sehr gerne. Und dann, ja, dann gucken wir mal, dass wir euch in die Sendung kriegen. Aber das ist ja cool jetzt. Wir sind fast jedes Wochenende eigentlich unterwegs, weil wir eigentlich viel auf irgendwelchen Bandtreffen auch noch sind oder uns mit Freunden treffen. Und dadurch hat sich das immer weiterentwickelt. Wie geil ist das denn? Nee, komm Lukas, nicht von außen. Gehen wir da rein? Ja, natürlich, klar. Kommt rein. Oh nee. Kommt rein in die gute Stunde. Leute, Wahnsinn. Das gibt's doch wohl nicht. Guck mal eben. Hast du den Boden gesehen? Das ist aber jetzt kein Echtholz. Das ist so Laminat, ne? Nein. Nein, leider nicht. Das ging aufgrund der Höhe nicht. Weil wir sind halt so mit 1,85 Meter. Wir wollten halt Stehhöhe haben. Deswegen hast du hier auch nicht. Genau, genau. Das passt, das passt. Ja, wir haben ein bisschen Platz, genau. Wollte ich gerade sagen. Ja, herzlich willkommen. In unserem Selbstausbau. Vero, ihr habt ja eine mega Küche hier auch, ne? Ja, das war eine Grundbedingung von mir. Ansonsten hätte ich das Ganze nicht mitgemacht. Warum? Bist du nicht für die Camperin? Doch, das schon. Aber Kochen ist wie für andere, die irgendwie ein anderes Hobby wie Sport oder sowas haben, koche ich halt sehr, sehr gerne. Kochen und Backen. Und dementsprechend war mir sehr wichtig, dass auch wenn wir hier damit unterwegs sind, ich immer die Möglichkeit habe zu kochen und zu backen. Und nutze es auch tatsächlich sehr, sehr viel hier. Das ist super. Für die Arbeitsfläche hier ist super. Ja, guck mal, hier kannst du hier deine Brühe. Ja, einmal drehen. Drehen, drehen, genau. Jetzt was anderes. Ich dachte, das wäre magnetisch. Kein Problem. Und was ist das für eine Tür jetzt hier, Vero? Da geht es einmal durch zum Fahrerhaus. Wir wollten unbedingt die Trennung trotzdem noch behalten. Dass es wie ein Wohnraum hier hinten ist, aber haben dann gesagt, vorne hindurch. Genial. Also Hut ab, das ist ja so dermaßen gemütlich. Ja, wir haben es versucht, so ein bisschen Wohnzimmer-mäßig rüberkommen zu lassen. Also halt auch so von den Farbtönen, bisschen warme Farbtöne mit dem Filz. Und ja, also auch mit der Küche, sag ich mal, das hat man ja jetzt auch nicht irgendwie so eine Zwei-Meter-Küche. Da gehen wir komplett ja einen anderen Weg wie, ja, wie sonst irgendwie. Aber Klo habt ihr nicht? Klo haben wir natürlich. Wo denn? Natürlich. Klar. Trockentrenntoilette. Oh. Komm, das ist jetzt hier aber... Ganz schick. Verständlich. Mit 12-Volt-Lüfter. Das ist ganz egal. Hier ist das Klopapier. Nein. Und hier haben wir natürlich auch das Streu. Nein. Klar. Und das Schöne ist halt, an der Trockentrenntoilette ist halt, wir sind komplett autark. Also... Ich lebe doch so laut im Dach, hab ich gesehen. Genau, genau. Also sowieso, dieses ganze Fahrzeug ist komplett autark gebaut. Ja, sehr cool hier. Echt. Also äh... Friesensee schon mal gewesen? Nee, in der Tat noch gar nicht. Ohne ist cool, oder? Mega. Also auch schön angelegt hier alles mit den Parzellen. Das ist schon schick. Direkt am See. Hammer. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Danke, danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Bis dann. Ciao. 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 Abgefahren. Abgefahren. Camper sind einfach die Geilsten. Ich sag's dir. So, dann wollen wir mal gucken. Hallo. Moin. 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 Hallo. Ach guck mal hier. Juni-Star. Wer ist das? Das ist der Nemo. Der Nemo. Hi. Ja, hi. Ich bin der Friso. Wer bist du? Ich bin Martina. Und? Ich bin der Carsten. Carsten, moin. Ist das hundefreundlich hier? Sehr hundefreundlich. Ja? Ja. Perfekt, okay. Richtig schön. So, Luki. Hundefreundlich ist es? Mach's gut, ihr beiden. Los geht's. Fellnasen-Alarm hier. So. Es soll offen sein. Es soll offen sein. Oh, guck mal hier. Schicker Eingang schon mal. Niedernagelneu. Dann wollen wir mal gucken, was hier los ist. Ich muss mein Privatbad gleich dagegen abstecken, du. Oh, 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 oh. Ganz weit vorne. Sehr schön. Jetzt guck mal ein bisschen rum. Das Kinderzimmer vielleicht? Ja. Du hast recht. Hier können sich dann die beiden Kinder aufhalten. Sehr schön, du. Und gegenseitig die Köpfe einhauen. Dann können nämlich die Eltern schön die Tür zumachen. Und haben ihre Ruhe. So. Guck mal hier. Kannst du das schön backen. Kochen und backen. Kaffeemaschine, alles da. Da kannst du mir morgen schön Kaffee machen. Guck mal, hier ist das Badezimmer, Friso. Komm mal rein. Zeig euch mal mein Privatbadezimmer. Auch geil, oder? Tö, tö. Ja. Super hier. Alles da. Schöne Klapptüren. Da kann ich auch dann hier morgen früh für mich alleine singen, Leute. Und der Friso hört mich nicht. Das ist natürlich hier mal, ne? Da hast du mal ein bisschen Platz. Mit Aussicht. Mit Aussicht. Und wir können noch ein paar Freunde einladen. Können alle kommen, wenn ihr wollt. Sitzt mal zusammen. Jetzt mal aber echt, das ist ja hier schon ... Achtung und ... Wir wollen ja nicht, dass es hier schlecht geht. Das ist mal eine Terrasse hier. Echt gut. Guck dir das an, Friso. Weißt du, wer das ist? Wer ist das? Das ist der Frederik, das ist der Chef. Der hat gesagt, der holt uns ab. Gibt es einen kleinen Duiswagen. Ich glaube, es spricht sich langsam rum, dass wir auf ungewöhnlichen Fahrzeugen stehen. Na, das ist doch mal ... Das ist doch mal eine Ansage. Da ist er. Moin. Moin Frederik. Grüß dich. Ich auch. Das ist schön, nicht zu sehen. Damit haben wir jetzt wirklich nicht gerechnet. Moin Frederik, grüß dich. Guck mal hoch. Das ist ja mal ... Also so standesgemäß wurden wir noch nie abgeholt. Wir machen was anderes. Ja. Du fährst ja sonst immer Camper. Aber ich dachte mir, wir können mal was anderes hier bieten. Gerade bauen wir ja noch ein bisschen um. Ja. Aber jetzt haben wir nur die Maschine hier. In ein paar Jahren nicht mehr. Dann fahren wir los. Nee, auf keinen Fall. Du fährst jetzt mal los. Heute mal 20 Tonnen. 20 Tonnen? Setz dich rein. Dann gehen wir hin. 300 PS. Links die Bremse drücken. Jetzt machst du mal ... Guck mal, ich fühl mich schon wohl hier. Hier ankippen. Sei vorsichtig. Und dann können wir losfahren. Die Leute sollten sich ... Ja. Und los geht's. Bitte festhalten. Oh. Ja, hier. Oder, Luki? Das hätte ja niemand anders gemacht. Lukas, wenn wir doch nochmal nachdenken über den eigenen Campingplatz. Ich könnte den bauen. Ja. Es wird funktionieren. Dir, glaube ich, alles inzwischen. Frederik, wir haben ja telefoniert. Du bist auch halber Holländer, ne? Ich bin halber Holländer, ja. Tatsächlich. Also, Campingplatz-Erfahrung, das ist doch bei uns im Blut, oder nicht? Ja, absolut. Gibt's jetzt seit einem Jahr den Campingplatz? Genau. Wir sind jetzt Stück für Stück dabei, immer weiter auszubauen. Und natürlich gehören da auch große Maschinenflüge dazu. Dieser Bereich hier, 150 Stellplätze. Boah. Oh. Kurze, langsam. Hahaha. Ich mach mal kurz hoch vorne. Ja. Kann ich auch was sehen. Und das euer neues Waschhaus? Ja, genau. Richtig. Aber pass auf, dass du da nicht gegenfährst, dann ist es platt. Hahaha. Du machst dich gut als Baggerfahrer. Wir machen uns sehr gut als Baggerfahrer. Und jetzt guck mal, Luki, ich fahr dem Sonnenuntergang entgegen. Guck mal, da sieht es gemütlich aus. Ach, da sind sie ja. Moin, habt ihr euch auch gefunden hier? Ja, du. Definitiv. Ach. Wollt ihr auch noch eins haben? Noch gerne? Ja. Tanja, hast du mal ein paar Bier? Camping mit einem Bierchen oder Alkoholfreißbierchen? Bitteschön. Danke, Tanja. Das ist lieb von dir. Sehr gerne. Ach, guck mal hier. Ach, da sind sie ja. Ach, hi. Hi. Hallo Leute, das ist meine Schwester. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hi. Mein Schwager, Dirk und Maike. Dirk und Maike, grüß dich. Hallo ihr Lieben, ich klopf mal. Ja, moin. Du bist ja auch noch ein Bier? Schöner Tag. Ja. Na, dann mal Prost hier. Prost geklappt. Wie schön, dass ihr da seid. Was für eine Begrüßung. Und jetzt hier gerade, ganz ehrlich, ihr wart in Hamburg? Ja. Wollt ihr ein Wohnbier kaufen? Ja, einen Wohnwagen. Wohnwagen. Ja, und? Ja, das ist so, wenn du dir einen Wohnwagen anguckst und dir den ausgesucht hast und auf dem Weg zurück dann noch mehrere siehst und auf einmal einer davon noch viel besser ist, der natürlich ein bisschen die Preislage bisschen nach oben setzt, ist das eine ganz schöne Sache und ich glaube, wir schlafen da jetzt noch mal eine Nacht drüber und müssen dann wahrscheinlich zuschlagen. Also, wir haben da schon einen schönen gesehen, aber... Ich drück euch die Daumen. Muss ich noch mal meinen Mann überreden. Ja, Dirk. So ein bisschen sparen, ne? Ja. Leute, ihr kennt das, oder? Ihr kennt das einfach. Wer einen Camper haben will, ist es nicht billig gerade, aber wir müssen einfach ein bisschen suchen gehen. Ja. Was war das für eine tolle Camping-Check-Folge, oder? Also, unsere erste Tour in den Norden. Es war genial, oder, Lukas? Es war irre. Also, Leute, hier kommen wir auf jeden Fall wieder her. Ja. Neuharlinger Siel. Top Platz. Ganz viel neu. Hier Friesensee. Alles neu. Richtig nette Leute. Und das ist übrigens auch der Punkt an der ganzen Sache. Alle Leute, die wir kennengelernt haben, durch die Bank weg. Einfach nette Leute. Einfach richtig, richtig nett. Und das sind einfach Camper. Camper haben zusammen. Camper haben Spaß. Und Camper, so wie ihr vielleicht auch. Viele, oder die noch werden wollen. So wie meine Schwester, mein Schwager. Wir machen das zusammen, oder? Na klar, wir machen weiter. Wir besuchen noch ein paar von euch. Neue spannende Geschichten. Ihr seid hoffentlich mit dabei. Macht's gut, ihr Lieben. Und Prost. So, ihr Lieben. Prost nochmal. Prost. Ja, zum Wohl. Prost. Ja, zum Wohl. Prost.